Hey, was soll denn der Turm da eigentlich? Das hier ist eins der 17 Ziele für Nachhaltigkeit. Das sind jetzt nur ein paar Maßnahmen zum Klimaschutz. Wenn ich dir wirklich alle Maßnahmen aufzählen wollen würde, dann würden wir hier noch bis morgen sitzen. Das mit dem Ozon und der Atmosphäre habe ich jetzt, glaube ich, etwas verstanden, was ich dazu kann. Aber gibt es da nicht auch andere Sachen, wie zum Beispiel im Meer? Guter Punkt, gut, dass du es sagst. Klimaschutz hat auch viel mit unserem Meer zu tun, weil eben auch das CO2 aus der Atmosphäre im Meer gespeichert wird bzw. in den Meereslebewesen. Und beim Fischfangen, da wird das ganze Ökosystem im Meer ziemlich durcheinandergebracht. Dadurch hat das nochmal zusätzliche Auswirkungen auf die CO2-Belastung. Also, das heißt, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad heimfahren würde, statt mit dem Auto, würde dich schon etwas bewegen im Klimawandel. Das wäre der erste Schritt. Dann mache ich das doch glatt. Dann mache ich das doch glatt. Dann mache ich das doch glatt. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. . Schaut her. Vielen Dank.